In SAP Analytics Cloud spielen Story und Page-Filter eine entscheidende Rolle bei der Navigation durch komplexe Datenanalysen. Während Story-Filter alle Visualisierungen innerhalb einer Story beeinflussen, bieten Page-Filter eine granulare Kontrolle über die Daten auf einzelnen Seiten. In diesem Video werden wir uns damit beschäftigen, wie du diese Filter in deinen Analysen einsetzen kannst. Dazu öffne ich einen bestehenden Bericht in der SAP Analytics Cloud und zwar wieder unser Sample Revenue Analysis. Dieser Bericht besteht aus drei Seiten und zwar der Summary Analysis und der Sales Manager Overview. Nun könnte ich einleitend beginnen, den Story-Filter einzufügen. Dazu wechseln wir in den Bearbeitungsmodus hier rechts um. Und darin gibt es nun die Option der Filterungen. Diese befinden sich hier neben dem Bearbeitungsmodus und zwar der Eingabefilter. Um diesen Eingabefilter zu aktivieren, benötigen wir zunächst hier unter dem Werkzeug die Darstellung. Wenn wir das aktivieren, haben wir nun dieses Trichter-Symbol und mit einem Klick darauf können wir nun einen Story-Filter erstellen. Und zwar haben wir zur Auswahl die Konten und die Dimensionen. Hier oben könnte man auch noch das Modell ändern, falls du mehrere Datenquellen in deiner Story vorfindest. Wechseln wir nun zu den Dimensionen mit einem Klick und kann nun entscheiden, auf welcher Datenbasis der Filter basieren soll. Wir verwenden den Sales Manager und haben nun in dieser Auswahlbox die Möglichkeit noch die Filterwerte einzuschränken. Wir möchten aber jedoch alle Elemente. Man kann hier noch etwas näher einschränken, zum Beispiel auch nicht gebuchte Elemente anzeigen oder ausgewählte Elemente ausschließen. Hier rechts oben sieht man noch die ausgewählten Elemente in dieser Filterung. Beispielsweise wenn ich jetzt nur diese beiden selektiere, dann sehe ich diese zur Auswahl. Wie gesagt, wir verwenden alle Elemente. Und nun gibt es noch die Möglichkeit den Betrachtern zu erlauben, die Auswahl zu bearbeiten und auch Filter zu löschen. Darüber hinaus gibt es hier die Auswahlbox Einfachauswahl oder Mehrfachauswahl. Wir verwenden die Einfachauswahl und bestätigen mit OK. Nun sehen wir, dass es sich hier oben der Sales Manager zur Auswahl nun vorhanden ist. Das bedeutet, wenn ich jetzt in diesem Story Filter James Frank auswähle, aktualisieren sich die Daten auf dieser Seite. Aber es sollten sich auch auf dieser Seite nur Werte von James Frank dargestellt werden. Oder auch hier in der Sales Manager Overview kann man nun sehen, dass alles auf James Frank eingeschränkt wurde. Das bedeutet, mit diesem Filter kannst du alle Arbeitsblätter in deiner Story einheitlich filtern. Und wenn du zum Beispiel eine Story hast mit mehreren Datenquellen und möchtest diese verbinden, so gibt es noch die Option der Verkettungen. Das ist aber ein anderes Thema. Ich wollte dir damit einfach nur sagen, dass du mehrere Datenquellen auch miteinander verbinden kannst und einheitlich filtern. Nun, das war der Story Filter. Sehen wir uns an, wie man nun einen Seitenfilter erstellt. Du kannst einerseits, es gibt zwei Möglichkeiten, einerseits kannst du mit einem Klick auf den bestehenden Story Filter hier auf In-Seiten-Filter konvertieren klicken. Und man bekommt noch einen Hinweis, dass eben dieser Filter konvertiert wird und sich bewusst macht, dass natürlich andere Berechnungen nicht mehr gefiltert werden. Ich bestätige mit OK und man sieht, der Filter wandert von dieser Leiste nun auf diese Seite hier. Und man kann auch weiteres erkennen, dass eben die Filterung beibehalten wird. Jedoch, wenn wir uns nun die anderen Bereiche ansehen, dann erkennen wir, dass nun hier keine Filterung mehr vorgenommen wird und alle Daten angezeigt werden. Auch hier in der Analysis bzw. in der Kartendarstellung. Jetzt ist es so, das war der eine Weg. Du musst aber nicht jedes Mal einen Story Filter erstellen, damit du einen Seitenfilter erstellen kannst, sondern wir können diesen auch wieder entfernen. Und du kannst hier oben unter Einfügen. Sollte es eine Möglichkeit geben, eine Filterung durchzuführen, Korrektur, nicht das Plus, sondern hier die Schieberegler, den Eingabefilter. Und dieser wird nun eingefügt und die Vorgehensweise ist nun wie beim Story Filter. Ich kann hier wiederum die Dimension auswählen. Zum Beispiel der Sales Manager. Ich kann aber auch, und das ist ganz interessant, auch zum Beispiel einen Zeitbezug mit vordefinierten Zeitbereichen verwenden. Zum Beispiel die aktuelle Periode, nächste Periode und so weiter. Es gibt auch noch die erweiterten Filter. Hier kann man noch fortgeschrittene Techniken anwenden, zum Beispiel welche Bedingungen noch erfüllt werden sollen in der Filterung. Das wäre aber auch ein Thema für ein weiteres Video, falls Interesse daran besteht. Genau, und der Seitenfilter, wenn wir nun auf Dimensionen, Sales Manager. Und darin können wir nun entsprechend wieder unsere Filterungen vornehmen. Dieses Mal mache ich eine Mehrfachauswahl und habe den Filter nun zur Auswahl und kann hier wie gewohnt die Filterungen dann vornehmen. Wie du siehst, kannst du über diese beiden Vorgehensweisen einen Seitenfilter einfügen in deiner Story. Und hoffe, dass ich dir damit die Unterschiede herausgearbeitet habe. Und mich würde ich sehr interessieren, wo du und in welche Berichten du diese Filterungen einsetzt. Welche Erfahrungen du damit gesammelt hast. Und würde ich mich auch freuen über einen Kommentar dazu. Und ja, ich freue mich natürlich besonders gerne, wenn du auch das nächste Video mit ansiehst. Und wünsche dir bis dahin alles Gute und ganz viel Erfolg.